Sie sind hier, 19. Oktober 2018, 14.15 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, José Mourinho ist seit Sommer 2016 Cheftrainer von Manchester United, Urheberrecht, Getty Images, München, egal ob Wenger, Guardiola oder die Schiris, José Mourinho macht vor niemandem Halt. Auch mit Ex-Club Chelsea gibt es Zwist. Sport1 zeigt seine Eskapaden. Egal ob Arsene Wenger, Pep Guardiola oder die Schiedsrichter, José Mourinho macht vor niemandem Halt. Selbst als Geheimagent betätigt sich der Portugiese in der Vergangenheit. Am Wochenende kehrt The Special One als Cheftrainer von Manchester United zu seinem Ex-Verein FC Chelsea zurück. USA 13.30 Uhr im Live-DK, Sport1 zeigt seine Skandalakte. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Berg. See you next time. Mehr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020